Willkommen zu den heutigen Vivi News. Elsa aus Frozen 2 wird auf Vivi droppen, unter anderem noch deutlich mehr Collectibles. Außerdem hat Disney ein Patent beantragt für Fidget Hills und es gibt auf jeden Fall die nächsten James-Born-Poster. Das sind sehr viel mehr, jetzt in diesem Video. Willkommen und ich bin's dein Captain, dein Vivi UG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Wir sind heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge, Menge Sachen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch mit einer der nächsten Drops und zwar nämlich von Frozen 2, nämlich die Ardenal Character Series. Und hier sehen wir das Ganze am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze natürlich wie immer hier auch jetzt im Waitlist Drop Blindbox Format. Unter anderem bekommen wir als allererstes hier Elsa als Rhea und übrigens die Grafik sieht hier wirklich sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr vielversprechend auf jeden Fall dieses Collectibles, beziehungsweise alle Collectibles insgesamt. Ansonsten hat das einen Listenpreis von 40 Gems und eine Edition-Auflage von 2019 Stück. Und natürlich eine Rare und keine First Appearance, da wir ja schon den Golden Moment als First Appearance haben. Ansonsten haben wir hier als zweites dann einmal Olaf als Ultra Rare animiert und mit Sound. Ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz einblenden, wie das Ganze aussieht. Ansonsten hat Olaf hier eine Edition-Zahl von 1519 Stück und ist natürlich auch an dieser Stelle eine First Appearance und ist meiner Meinung nach eigentlich das coolste Collectible hier überhaupt von diesem gesamten Drop. Ansonsten haben wir jetzt als letztes noch Anna, das ist eine Secret Rare und wird eine Edition-Zahl von 999 Stück haben und auch eine First Appearance haben. Außerdem sehen wir hier noch den zweiten Stift von Frozen, beziehungsweise für diesen Table hier an dieser Stelle. Und was ganz, ganz wichtig ist, sozusagen, wenn ihr das Collectible kauft, dann bekommt ihr den Airdrop für den Pencil am 18. August. Und ansonsten für den anderen Drop, und zwar nämlich hier von Ralf Reichs, dort werdet ihr den Airdrop am 11. August bekommen. Das wurde nämlich hier auch letztens nochmal jetzt aktualisiert. Das heißt, wenn ihr ein Collectible gekauft habt, dann bekommt ihr den am 11. August. Und ihr könnt das im Prinzip jetzt schon verkauft haben, weil es geht eigentlich, so wie ich es auch verstehe, nur darum, dass ihr sozusagen gekauft habt über den Markt als Blindbox und sozusagen mindestens eins gekauft habt und dann sozusagen den Airdrop am 11. und am 18. bekommt. Ansonsten auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, wozu ich jetzt nicht wirklich viel sagen kann, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Denn Disney hat an dieser Stelle hier auch ein Patent beantragt für Fidgetals und das ist im Prinzip eine Kombination aus physischen Collectibles und NFTs, die dann sozusagen zusammen matchen. Ich habe mir das Ganze auch schon mal reingeschaut, hier in das Patent und das ist wirklich sehr, sehr interessant auf jeden Fall gestaltet. Ob das Ganze jetzt wirklich was mit Vivi zu tun hat oder nicht, das können wir natürlich zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen. Dadurch, dass David Yu aber angekündigt hat, dass hier Fidgetals kommen werden und Disney unter anderem auch ein Partner von Vivi ist, liegt es tatsächlich relativ nahe, dass hier auch möglicherweise eine Kooperation beziehungsweise ein Zusammenhang zwischen diesem Patent und auch Vivi ist. Zum momentanen Zeitpunkt ist das aber natürlich reine Spekulation, aber es ist definitiv eine sehr interessante und spannende Entwicklung. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Drop-Details an für den heutigen Comic-Drop und zwar nämlich Fantastic Four Hashtag 2 aus dem Jahre 1961 mit wirklich sehr, sehr coolen Covern, muss ich an dieser Stelle sagen. Und der First Appearance der Skrulls, was eine sehr, sehr wichtige Geschichte auch im Marvel-Universum ist. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall das direkt auch hier nochmal an mit den Drop-Details. Übrigens hier natürlich wie immer auch mit exklusiven Rare, wie auch Ultra-Cover, die ich persönlich extrem cool finde. Und hier haben wir eine Editionzahl von 7.500 Stück und wie immer einen Listenpreis von 7 Dollar. Ansonsten ist es definitiv ein Comic, was ich mitnehmen werde, wenn man sich allein die Preise hier anschaut. Ja, dann sprechen wir eigentlich tatsächlich von einem 100, 150.000 Dollar oder noch drüber Comic. Von daher definitiv ein Drop, den ich mitnehmen werde. Ansonsten haben wir auch noch zu 007 bzw. James Bond weitere Collectibles, die wir sehen werden bzw. weitere Posts, die wir sehen werden. Und das nämlich am Samstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit mit insgesamt vier Postern, die wir hier sehen werden. Eventuell auch wieder mit einem AirDrop, wenn man alle Poster hat. Das ist auf jeden Fall ein Poster, was wir hier sehen werden. Ansonsten kamen die letzten Poster ja nicht wirklich gut an. Ich denke mal auch, dass sich jetzt hier mit den Postern weiter durchziehen wird, dass sie einfach keine hohe Nachfrage in der Community haben, weil es einfach nicht viele Fans gibt, die diese Poster sammeln. Du kannst mir aber auf jeden Fall trotzdem sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob du den gesamten Drop mitnimmst oder nicht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten gibt es auf jeden Fall noch ein sehr, sehr cooles Update in der App. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aber es ist jetzt tatsächlich möglich, bei den Comic-Jobs erstmal überhaupt dort unten reinzugehen und jetzt zum Beispiel auch den Artikel direkt darüber aufzurufen. Aber man kann jetzt auch darüber die kleine Zusammenfassung von Corey, der unter anderem auch bei Vivi arbeitet, zu den Jobs sehen. Bis jetzt anscheinend auch nur Comics, eventuell in Zukunft auch noch Collectibles. Und meiner Meinung nach macht das hier an dieser Stelle das Ganze auch deutlich attraktiver, hier in der App zu schauen, weil ganz ehrlich, ich habe mir diese Videos noch nie angeschaut. In der App würde ich tatsächlich mir das Ganze eher anschauen. Ich kann mir nicht sagen, warum, aber es ist tatsächlich so. Ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vivi-News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgenmittagabend. Und bis dann, Captain. Ciao, ciao.